Herzlich Willkommen bei Drei am Runden Tisch. Wir wollen heute über Sex, Drugs und Rock'n'Roll reden. Anlass ist die Diskussion um die deutsche Rockband Rammstein und ihren Liedsänger Lindemann. Im Raum steht ein perverses Groupiesystem, wo junge Frauen Sex mit dem Bandsänger hatten, mutmaßlich auch unter Drogen gesetzt. Laut Staatsanwaltschaft in Berlin gibt es einen Anfangsverdacht, dass die Frauen zu Sex gezwungen wurden. Empörung und Aufregung sind groß. Wie läuft denn das eigentlich bei uns in der Austropop-Szene und beim Film und beim Theater? Gleich werden meine Gäste mit dem Vergrößerungsspiegel auf diese Machtverhältnisse blicken. Und das, indem sie vor allem miteinander diskutieren. Gekommen sind Eva Spreizhofer, die Drehbuchautorin und Regisseurin und der Komponist und Dirigent Christian Kolonowicz. Herzlich Willkommen, dass Sie beide da sind. Ich würde gerne mit einem kurzen Word-Web anfangen. Und zwar können Sie den Satz zu Ende bringen, Herr Kolonowicz. Die Rockband Rammstein und Ihr Liedsänger sind für mich? Noch immer eine sehr interessante Rockgruppe. Auf der einen Seite recht lächerliche Foodcallys. Auf der anderen Seite sind Sie sicher eine Band, die dazu beiträgt, sexuelle Gewalt oder überhaupt Gewalt an Frauen zu normalisieren und zu Akzeptanz zu bringen. Mit ihren Texten. Wurden Sie schon einmal, Frau Spreizhofer, von einem männlichen Fan oder auch vielleicht weiblichen Fan angebaggert? Angebaggert? Man wird immer wieder angebaggert. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt negativ konnotiert ist oder positiv am Baggern, kann ja beides sein. Also kann ich jetzt nicht wirklich beantworten. Ja, durchaus. Ohne, dass ich das jetzt irgendwie als schlimm empfunden hätte. Ich hatte zum Beispiel Stalkerinnen. Das ist was vollkommen Normales. Das ist psychisch ein bisschen gestört. Und das war sogar einmal so weit, dass das bis zur Polizei ging. Das ist gesetzlich verboten, zu stalken. Aber ich habe dann die Polizei gesagt, bitte lass das in Ruhe. Das war alles in einem Rahmen, wo solch meine Frau gesagt hat, alles okay. Letzte Wörterfrage, bevor wir in Medias Ries gehen. Das Rammstein-Konzert, das sind zwei Konzerte im Juli. Sollen die in Wien abgesagt werden? Ja. Ja, natürlich nicht. Solange Unschuldsvermutung gilt und die gilt. Außer, dass ein Mädel namens Kalja oder Kalja gemeint hat, ihr wurde das Handy abgenommen. Das ist das Anzige, was bewiesen ist. Natürlich, wenn sich das festsetzt und die wirklich schuldig sind, dann weg mit ihnen. Das ist überhaupt keine Frage. Wofür haben wir MeToo? Wofür haben wir jetzt MeToo? Wir werden es noch lange brauchen. In den nächsten zehn Jahren werden wir das noch brauchen. Aber im Moment sehe ich keinen Grund dafür. Sie sind nicht verurteilt. Ja, genau. Also abgesehen davon, dass es ja überhaupt nicht um Straffälligkeit nur immer geht. Es geht einfach um eine gesellschaftliche Haltung. Absolut. Wie stehen wir dazu, dass eine Band einerseits diese Texte hat, die sie hat, wo er ja ganz explizit sagt, es gefällt ihm gut, mit einer Frau zu schlafen, die mit Rogenol... Ach so, der Rogenol-Text. Ja? Ja, ja. Ist ja wurscht. Das kann er ja auch mit seiner Freundin zu Hause ausprobiert haben. Kann man alles ausprobieren, genau. Absolut. Und dann gibt es halt nicht nur eine Frau, die das gesagt hat, sondern es gibt mittlerweile ganz, ganz, ganz viele Frauen, die sich gemeldet haben, die mittlerweile Morddrohungen bekommen, wie halt immer das der Fall ist. Und ich glaube, dass das Wichtigste ist, es geht bei dem Rammstein-Fall nicht um einen Einzelfall, sondern es geht einfach... Um ein System. Genau, es geht um ein System. Und das läuft auch immer gleich ab. Die Frauen werden zuerst diskreditiert, werden beschimpft, werden zum Schweigen gebracht und am Schluss gibt es eine Täter-Opfer-Umkehr. Und das passiert jetzt auch gerade wieder. Und das hat man nicht nur bei Rockstars, das heißt auch bei Pfarrern, bei sexuellem Missbrauch in Kirchen. Natürlich, Kirche vor allem. Das hat man in jeder Branche, in jedem Land. Und da ist es doch einfach 2023 eine vollkommene Selbstverständlichkeit, dass man sagt, solange wir nicht garantieren können, dass Frauen da in einem geschützten Rahmen ein Konzert sich anschauen können, können wir das nicht verantworten als Veranstalter. Ist klar. Wo ist der geschützte Rahmen bei einem Konzert? Das verstehe ich überhaupt nicht. Da gibt es eine Konzerthalle und da sitzen 10, 20, 70.000 Menschen. Aber da kommt ja nicht der Avatar von Till Lindemann ins Publikum und vergewaltigt Frauen, sondern der ist ja wohl hinter der Bühne. Also wo ist da eigentlich jetzt die Gefahr? Ich habe es nicht ganz verstanden. Ich glaube, man muss es ein bisschen auseinanderhalten. Erstens einmal gibt es natürlich Studien und Umfragen, dass ich glaube 50 Prozent der Frauen, wenn sie auf Konzerte gehen, belästigt werden. Aber jetzt von Bands oder wie? Nein, nicht nur von Bands. Es ist einfach kein... Ach so, ein gesellschaftliches... Ja, das ist ja klar. Aber eine Frage. Muss eine Frau... Wir müssen uns immer ausreden lassen, weil sie uns hat es gar keinen... Okay, Entschuldige. Die Rose Zero, dort wird quasi in irgendeiner Weise, wenn man dort ist, hat man die Chance, dass man nachher Backstage kommt. Jetzt gehen Frauen ja schon freiwillig da nach hinten Backstage. Dass es dort keine Torten- oder kein Kindergeburtstag ist, das weiß man. Aber das ist... Nein, aber meine Frage an Sie beide ist, muss man nicht auch als Frau vielleicht auch sagen, okay, ich bin da nach hinten gegangen, natürlich, um in dem Fall den Herrn Lindemann kennenzulernen. Und es wird vielleicht auch Frauen geben, die sagen, ja, ich wollte mit dem Sex. Ja, eh, und? Aber das ist ja nicht das Thema. Wenn Leute, Erwachsene, Leute miteinander Sex haben wollen, wo auch immer, ist ja das überhaupt kein Problem. Das Problem ist das, wenn gezielt Frauen ausgesucht werden, ihnen sie eingeladen werden zu einer Aftershow-Party und dort werden sie unter Druck gesetzt. Und unter Druck heißt nicht immer nur K.O. Tropfen, sondern es gibt einfach auch... Wir kennen das immer wieder in Situationen, wo es Erwartungshaltungen gibt, wo andere was machen, wo auf einmal man sich so schämt, dass man überhaupt in diese Situation kommt. Und das ist genau das, was diese Frauen berichten. Und ich glaube, das Entscheidende ist nicht, wenn wir jetzt sagen, soll das abgesagt werden oder nicht. Mir ist klar, dass da wahnsinnig viel Geld dran hängt und dass es nicht einfach ist, auch für einen Veranstalter ein Konzert abzusagen. Deswegen sage ich jetzt einfach ja als gesellschaftliche Haltung. Ob das jetzt tatsächlich abgesagt wird, natürlich wären wir lieber, alle Fans würden nicht mehr kommen, weil sie sagen, mit dieser Band will ich nichts zu tun haben. Aber ich, wenn ich gefragt werde, sage, ja, man soll es absagen, unabhängig davon, ob es jetzt wirklich machbar ist. Weil ich glaube einfach, 2023 können wir nicht mehr solche Situationen hinnehmen. Herr Kolonowicz, schließen Sie es aus, dass vielleicht auch, was die Frau Spreizhofer sagt, dass solche ähnlichen Themen bei der Band selber es inzwischen auch sickern und dass die vielleicht auch das Konzert, diese Konzerte in Wien absagen werden. Wobei, sie haben jetzt kommenden Sonntag in Zürich ein Konzert, das wird stattfinden. Aber schließen Sie aus, dass die vielleicht von selber sagen, na, solange jetzt Staatsanwaltschaft ermittelt, werden wir mal keine Konzerte geben? Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich stehe nicht dahinter. Ich bin kein Manager. Ich nehme an, die Konzerte werden stattfinden. Dazu ist das Business zu groß. Das wissen wir. Also das meine ich jetzt durchaus negativ. Stichwort Business. Hier sitzen zwei Stars aus Österreich. Frau Spreizhofer hat erst einen Filmpreis gestern gewonnen für einen Film, ein Drehbuch. Christian Kolonowicz, eine lange Karriere als Künstler, Dirigent, Komponist, Musiker. Crossover mit den Skorpions und den Berliner Philharmonikern. Das heißt, die sind beide, kennen die Szene extrem gut. Frage an Sie, Stichwort Austropop. So was gab es auch. Ro Zero, Mädchen werden nach hinten geholt. Gab es da Leute, Sänger baden, bei denen das auch so war oder so ist? Ro Zero ist hier im internationalen Geschäft, greift da eher Platz. Also in der Szene, wo ich im Austropop war und ich war sehr viel Backstage da natürlich, habe ich das eigentlich nie bemerkt. Selbst so ganz liebe Künstler wie ein Ludwig Hirsch, der dann gesagt hat, boah, da in der zweiten Reihe sitzt so ein Liebesmädel, die sollte doch nachher vielleicht zum Essen kommen. Da war überhaupt von Sex nicht die Rede. Das heißt, er hat aber schon gesagt zu seinem Manager offenbar, die soll dann nachher kommen. Ja, das gab es durchaus. Das ist absolut diese Geschichte, wo Kunst und Erotik oder Sexualität eine Rolle spielt, die natürlich nie gelebt wird. Aber das Star hat sich quasi Mädchen ausgesucht. Da sind wir schon in diesem Thema drin. Ja, natürlich, klar, das gab es natürlich. Aber ich habe nie erlebt, dass irgendwer sich da hinter der Bühne irgendeinem Mädel sexuell genähert hätte. Außerdem diese Ro Zero Geschichte kommt ja eigentlich aus dem Journalismus. Man hat früher die Journalisten in die erste Reihe gesetzt. Und dann kam natürlich die ganze Gruppi-Welt dazu, die sich heute noch vorgearbeitet hat, die ihre Stars kennenlernen wollten. Und Sie wissen aber nicht, kennen Sie einen Fall, wo zum Beispiel auch da eine Frau gesagt hat, ja, ist alles sehr nett, aber ich war gern beim Konzert, aber hinter die Bühne will ich nachher nicht? Das habe ich auch schon getroffen. Aber die meisten von diesen Fans, die würden gerne hinter die Bühne gehen. Wobei ich glaube, dass das wirklich zu diskutieren wäre, ob man das wirklich noch braucht, ob das für die heutige Zeit... Ich denke auch, wir leben im Patriarchat, wir leben in Zeiten, wo MeToo langsam irgendwie bei uns auch angekommen ist. Langsam kommt sie jetzt eben auch in der Musikbranche an und da geht es um ganz, ganz viele Dinge. Wie wollen wir miteinander Musik machen? Wie wollen wir miteinander Sexualität leben? Wie wollen wir miteinander überhaupt als Gesellschaft leben? Und da gehören halt sehr, sehr viele Dinge dazu. Und was aber das, was mich halt, was uns vielleicht ein bisschen trennt auch jetzt, ist irgendwie so dieses bisschen relativierende. Weil, ich meine, ich kannte den Ludwig Kirsch auch sehr gut, wir waren befreundet und so weiter. Und es ist halt ein, ich weiß jetzt nicht, ob wir jetzt anhand von so einem netten Menschen das abhandeln, aber in Wahrheit so ist es halt. Und ich will jetzt überhaupt nicht über diesen Fall reden, ja. Aber tatsächlich sind es natürlich Mechanismen, wo nette Menschen, nette Bands, Sachen machen, die halt auf Kosten anderer gehen. Und wo es überhaupt nicht um Sexualität geht, sondern in erster Linie um Macht. Wie halt meistens bei Vergewaltigungen um Macht geht und weniger um Sex. Geht es auch um Projektion, dass natürlich die Fans auch sehr viel in so einen Star hineininterpretieren. Jetzt nehme ich an, Sie waren als junge Frau sicher auch oft bei Konzerten. Ich kenne jetzt nicht Ihren Musikgeschmack, aber können Sie sich noch erinnern, wie haben Sie sich als junge Frau bei einem Konzert verhalten? Na ja, ich meine, wir haben im Vorgespräch, habe ich gesagt, wenn es sich ergibt, erzähle ich die Geschichte, dass ich halt, ähm, und das ist, es ist, es ist, ich war halt 18 und ich war da, seit ich 14 war ein Fan von Konstantin Wecker. Und es stand immer in der Zeitung, dass der, ähm, sehr gerne junge Mädchen, äh, hat. Und, ähm, und ich war aber, ich war sozusagen, das war Fan eben nicht, ich kann mir nicht vorstellen Fan von Rammstein und seinen Texten zu sein. Ich war halt Fan nicht nur von diesem Künstler, sondern von seinen Texten, von seinem Spirit, von seiner politischen Haltung. Ähm, und, und natürlich, und ich hatte unbedingt vor, den kennenzulernen und unbedingt auch vor, mit ihm eine Nacht zu verbringen, weil natürlich hatte ich die Idee, äh, und das ist ja, glaube ich, das, was man sehen muss. Genauso wie man sich sonst in wen anderen verliebt, man denkt ja dann nicht, man verbringt eine Nacht miteinander und dann kennt man sich nicht mehr, sondern man denkt, dann verliebt man sich ineinander und dann ist man halt ganz nah und dann redet man miteinander und dann ist man Teil dieses, dieser Welt. Ähm, und das war dann auch so, dass, dass ich ihn kennengelernt habe und, ähm, und wir auch tatsächlich eine Nacht zusammen verbracht haben. Und die erste Frage, die er mir gestellt hat, war, äh, bist du wirklich so jung, wie du ausschaust? Das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich bin nicht gemeint. Das war, ich dachte nur, das kommt schon. So wie man sich halt sonst auch denkt, wenn man wen kennenlernt, das wird dann schon, ja. Ich, äh, wir werden, und, und es war halt eine skurrile Situation. Wir haben eine Nacht zusammengebracht, wir haben dann auch gefrühstückt und so weiter. Und es ist natürlich, wie man sich vorstellen kann, sowas nicht der beste Sex der Welt Geschichte, weder für die eine Partie, äh, äh, für die einen Part noch für die anderen. Aber das... Haben Sie sich als Opfer gefühlt? Nein, in dem Fall eben nicht. Tatsächlich war ich auch nicht das Opfer, weil ich, äh, weil ich ja mir das so ausgesucht habe. Auf der anderen Seite kann man so auch nicht sagen, dass ich, also, es ist nicht, kein Opfer. Weil natürlich ist es so, dass der Typ halt, ähm, einfach bekannt war dafür, dass er sich halt junge Mädchen geholt hat. Und ich war halt 18 und er hat deutlich älter. Und es war natürlich eine Geschichte, die, ich hab's halt abgehakt wie so viele, oder, oder verarbeitet wie so viele andere Geschichten, die man halt erlebt als Lerngeschenk, wo man sagt, okay, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Und das ist eigentlich auch nicht das, was, äh, als Begegnung, ähm, mir menschlich was gebracht hat. Aber als Erfahrung war es natürlich toll. Und eben, und das genau, ähm, wollte ich auch deswegen erzählen, weil man halt Gesichter braucht zu den Menschen. Weil ich bin auf der einen Seite eine erfolgreiche Regisseurin und Filmemacherin und so weiter. Und auf der anderen Seite bin ich immer wieder als Frau in Situationen, wo Männer nicht hinkommen. Weil wir halt eben im Patriarchat leben, weil die Machtstrukturen anders sind. Sie haben jetzt ein schönes Wort verwendet, und zwar das Wort Lerngeschenk. Das möchte ich gern aufnehmen. Ist dieser Fall Rammstein vielleicht auch so etwas wie ein Lerngeschenk für die Gesellschaft, dass wir da darüber diskutieren müssen, dass diese Vorfälle wichtig sind, wenn sie transparent ans Tageslicht kommen, weil es eine andere Haltung braucht, weil es einen anderen Umgang braucht? Darf ich noch auf, 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 auf die Geschichte mit Konstantin einsteigen? Ähm, solche Geschichten passieren wahnsinnig oft, also hinter der Bühne werden ja oft Ehen geschlossen. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt mitgekriegt hat. Ich meine, Keith Richards hat dem Brian Jones die Anita Ballenberger ausgespannt und war dann 20 Jahre mit ihr zusammen. Und hat drei Kinder, ne? Oder ich war vor kurzem bei einem Konzert von einem Freund in der Stadthalle, wo die Keyboarderin sich in den Promoter verliebt hat. Und auf der Tour sind die zusammengekommen. Also das passiert unendlich auch. Das ist aber was anderes. Wunderschön. Man lernt sich am Arbeitsplatz kennen. Das war ja anders als bei mir. Und tatsächlich will ich, und mir ist auch noch wichtig, ich will nicht verharmlosen die Geschichte, weil wegen Lerngeschenk. Ich, für mich war das so eins. Aber natürlich für die Frauen, die da ausgesucht werden von irgendwelchen Managern oder sowas, und dann in eine schlimme Situation kommen, für die ist das gar kein Lerngeschenk. Das ist überhaupt kein Lernprozess. Natürlich nicht. Das ist überhaupt nicht etwas, was man zum Allgemeinplatz machen kann. Man muss doch schon ein bisschen... Aber wenn Frauen sagen, wie es ihnen gegangen ist, und viele, viele, viele Frauen an unterschiedlichen Städten, muss man das einfach ernst nehmen. Natürlich. Ja eh. Und dann ist aber... Das heißt, dass die ganze Welt außer Rand und Band geladen sind. Nein, aber das Erstaunliche ist schon, dass man irgendwie sagt, auf der einen Seite keine Vorverurteilung, und auf der anderen Seite, die hätten es ja eh wissen können. Also was jetzt? Nein, die hätten es nicht eh wissen können. Ja, aber das ist das, was eben immer wieder... Eine Bloggerin, die hinter die Bühne geht, die hätte es eh wissen müssen. Das ist auch mal keine Frage. Was hätte sie eh wissen müssen? Na, dass sie erst einmal das Handy abgeben muss, weil jeder Journalist gibt das Handy Backstage ab, weil die verschwitzten Künstler von der Bühne runterkommen, ihren Whisky trinken und nicht fotografiert werden sollen. Also sofort Handy abgeben, das ist überhaupt nichts Furchtbares, das ist auch kein Machtmissbrauch. Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie es kommuniziert wird und wie es... Aber prinzipiell hat eine Bloggerin oder eine Influencerin da hinten nicht mit dem Handy herum zu fotografieren. Das ist verboten, weil Menschen eine Ruhe wollen. Haben wir das? Haben wir das abgehakt? Haben wir das abgehakt? Gut. Und rundherum hat es dann Mutmaßungen gegeben, dass er mit ihr... Sie haben einen Filmriss, sie haben Verletzungen... Weiß ich, furchtbar schlimm. Sie haben Situationen erlebt, ja eben. Aber da gibt es ja nicht Mutmaßungen, sondern ganz gerade Berichte von Frauen. Wenn das bewiesen ist, ist das wunderbar. Wenn das wirklich bewiesen ist, dann gehört der Hintergitter. Es ist bewiesen in dem Moment, in dem Frauen das berichten. Überall an verschiedenen Städten auf der Welt. Wirklich? Das ist mir ganz neu. Irgendwer berichtet etwas und man glaubt es sofort. Das ist lächerlich. Das ist wohl lächerlich. Also einerseits sagen Sie, es ist doch sowieso ganz klar, alle wissen, wie es gewesen ist. Das machen überall alle. Und dann, wenn Frauen das berichten, dann ist es auf einmal Vorverurteilung. Das sage ich nicht, dass das... Entweder man kann es eh wissen und alle wissen es, dann muss man ihnen auch glauben. Es gibt eben alles in dieser Branche. Es gibt die braven Rocker wie... Aber es ist, allein das Wort, die bösen Buben und die braven Frauen. Nein, die braven Rocker, aber die bösen Rocker. Normalerweise ist es die braven Frauen und die bösen Rocker. Dann gibt es auch die braven Rocker. Wie es auch im Stilgeschäft, die Mut und die Bösen gibt. Aber das ist doch keine Frage von Bös und Braf. Das ist einfach eine Frage von sexistischer Macht. Richtig, auch das auch. Aber wir waren jetzt gerade bei dem Punkt Vorverurteilung. Wir sind dabei, dass also formal die Berliner Staatsanwaltschaft einen Anfangsverdacht hebt und Untersuchungen eingeleitet hat. Das heißt, alle Aussagen werden jetzt erst geprüft. Nicht jede Aussage muss stimmen, kann stimmen, wird stimmen. Das muss geprüft werden. Die Frage ist, wie ist das jetzt bei den nächsten Konzerten? Wie schätzen Sie das ein? Wird es überhaupt eine Backstage-Party bei Rammstein überhaupt geben? Ich hoffe nicht. Ich meine, das ist wohl... Also das ist, glaube ich, vorbei. Ja, ich meine, es ist ein bisschen lächerlich. Jetzt haben Sie mal diese Penis-Kanone da irgendwie außer Kraft gesetzt. Dann haben Sie dieses Bussi-Lied offenbar singen Sie jetzt nicht mehr. Und versuchen... Allein das zeigt ja schon, dass Sie irgendwie kapieren, dass bestimmte Dinge Attribute sind, die over the top sind. Auf der anderen Seite aber, und das ist ja das Entscheidende, fangen Sie jetzt an, oder haben Sie schon begonnen, die Frauen, die erzählt haben, wie es Ihnen ergangen ist, zu klagen. Die kriegen einfach Klang. Und ich meine, damit wird es keine Klarheit geben von der Band aus. Gehen wir jetzt einmal wieder ein bisschen Richtung Österreich. Beide in der Szene, beruflich unterwegs. Wie ist es am Theater? Wie ist es im Film? Sind die Rammsteins wirklich so die Ausnahme? Oder ist diese sexuelle Übergriffe, Macht durch Sexualität, Machtgefüge, hier der Regisseur, da unten vielleicht die kleinere noch Nebendarstellerin? Wie beurteilen Sie das? Ganz klar und ganz realistisch? Wir haben durchaus jede Menge Berichte bei WeDo, der Anlaufstelle oder bei anderen Stellen. Aber auch untereinander gibt es die Geschichten, das betrifft oft Schauspieler und Setkostüm. Also früher hat es Garderobe geheißen. Oder andere Gewerke innerhalb des Films, die sich nicht wehren können. Marie Kreuzer hat beim Filmpreis gestern erzählt, berichtet, Vorfälle auf Filmsets, unter anderem, dass ein Schauspieler in der Maske onaniert hat. So etwas schockiert Sie noch? Nein, das schockiert uns extrem. Und wir arbeiten natürlich alle seit Jahren, nicht alle, aber immer mehr Leute, und Gott sei Dank jetzt auch die Institutionen, arbeiten sehr stark daran, dass wir nicht mehr hinschauen. Nicht mehr hinschauen? Aber was ist mit diesem Kollegen passiert? Der onaniert in der Maske? Genau. Was ist dann? Dann spielt er weiter? Gestern hat die Marie Kreuzer drei Fälle auf der Bühne gesagt. Und das Schockierende war, dass nachher fast niemand gesagt hat, wer war es denn? Weil alle gewusst haben, wer es ist. Und das ist genau die Geschichte, die bei all diesen Fällen passiert. Ob es der Pfarrer im Dorf ist oder wo auch immer. Ich will aber nicht wissen, wer es war. Aber ich will wissen, hat der Kollege von Ihnen, hat dieser Künstler, der Schauspieler, dann trotzdem seine Rolle weitergespielt oder wurde der rausgeschmissen? Das ist eben, teilweise ist das dann so passiert, dass dann die Produktionsfirma die Garderoberin abgezogen hat und dann eine Resolutere da irgendwie dem entgegengesetzt hat. Jedenfalls diese Personen, alle arbeiten noch. Sind wir in einer obersexualisierten Gesellschaft, die sich quasi fokussiert, unter Künstlern noch mehr potenziert? Haben wir alle zu viel Sex im Kopf? Ich glaube, man kann gar nicht genug Sex im Kopf haben. Jetzt als Einzelindividuum, jeder darf Sex im Kopf haben. Das spürt sich ab, jetzt musikalisch gesehen, seit Barockmusik wie Vivaldi oder Farinelli. Diese ganzen Rockstars der damaligen Zeit, die durften alle ihren Sex im Kopf haben. Aber auch jeder Privatmensch darf das haben. Es geht doch nur darum, ob dieser Sex freiwillig ist, ob er erwachsen ist oder ob er erzwungen ist und ob er über Macht funktioniert. Das ist alles. Es hat halt einfach auch überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, in Wahrheit. Es hat einfach mit patriarchaler Machtausübung zu tun. Ja. Und diese Rockstars genauso wie SchauspielerInnen, ich kenne das selber natürlich auch gut. Man hat ein irres Erlebnis. Man ist aufgepeitscht von Adrenalin, von allen möglichen Hormonen. Nachher weiß man, wenn man ins Hotelzimmer oder sonst nach Hause geht, ist man irgendwie ein bisschen deprimiert, wenn man allein ist und auf einmal niemand Besonderer mehr. Und dann tut man halt den Pedalkohol trinken oder man nimmt Drogen oder man, also nicht Mann, aber das sind halt die Mechanismen von diesen Sex-Trucks-Rock'n'Roll-Geschichten. Aber die Frage ist, wir entwickeln uns ja in vielen, vielen anderen Dingen auch weiter. Also ist es doch notwendig, sich auch da weiterzuentwickeln. Natürlich. Das passiert ja auch und eben umso erstaunlicher, dass der Aufschreiber-Rahmenstein nicht doch viel, viel größer und viel klarer ist, sondern dass es immer noch Relativierungen gibt. Weil ich da zwei so Expertinnen habe. Mich interessiert die Frage, wir haben jetzt so über Patriarchismus geredet, über männliche Machtfantasien, aber gibt es nicht auch Frauen, die offensichtlich diese Nähe zu vermeintlich mächtigen Männern suchen, zu Stars suchen? Was zieht Frauen? Haben Sie da eine Interpretation dazu, warum wollen Frauen da in diese Richtung hin? In dem Moment, in dem mehr Frauen an die Macht kommen, wird das auch umgekehrt sein. Das sieht man ja auch. Macht hat auch was Erotisches. Es ist ja eher die Frage nicht, was machen die Leute, die dorthin wollen, sondern was machen die Leute, die Macht haben? Wie nützen sie sie aus? Oder wie lernen sie damit umzugehen? Es ist ja auch ein bisschen so, dass man so die Idee, die Frauen müssen einfach jetzt noch selbstbewusster werden und brauchen Schutzräume und müssen irgendwie Nein sagen. Nein, ganz im Gegenteil, das ist überhaupt nicht das Thema. Die Männer sind ja keine Löwen, wo man irgendwie sagen muss, man muss sich jetzt die irgendwie bessere Zäune machen, sondern die müssen einfach klarer lernen, wann werden sie übergriffig und wann agieren sie. Aber was muss passieren, wenn seine Frau irgendwie den Christian Kolonowicz rumkriegen kann? Ihre Frau hört jetzt hoffentlich gerade nicht zu. Die kann ruhig zuhören. Die weiß alles. Minirock, tiefes Dekolleté, wie kriegt man denn Kolonowicz? Ich glaube, darum geht es auch nicht. Ich liebe Minirock, ich liebe tiefes Dekolleté. Ich würde deswegen nie einer Frau zu nahe treten, das ist eh klar. Aber warum es jetzt geht im Zusammenhang zwischen weiblichem Fan oder männlichem Fan und Musik, das kann ich Ihnen einfach ein Beispiel erklären. Ich war zwölf Jahre alt, stand im Burgenland am Kühlschrank mit meiner Mutter und habe einen Nömmix getrunken und habe das erste Mal ein Lied der Beatles gehört aus dem Radio und und bin fast ohnmächtig geworden. Das war die Musik. Das war so stark, dass ich dann aufgeregt habe Klavier zu spielen und Gitarre angefangen habe zum Lernen. Aber was ich damit sagen will, das ist die Faszination von Musik, die dann Mädels oder Burschen zur Musik treibt und zum Fan treibt. Es ist wirklich die Musik. Es ist so magisch, dass das dann manchmal schlecht ausgehen kann und jetzt im Fall der Rammstein schlecht ausgegangen ist, ist ja auf einem ganz anderen Papier geschrieben. Aber prinzipiell müssen wir froh sein, dass es Musik gibt, dass es Bands gibt, dass es Kompositionen gibt wie von den Stones, den Beatles, den bis heute rauf Wanda, keine Ahnung, Bilderbuch. Entschuldigung, aber wovon wir ja reden in dieser Sache ist überhaupt nicht nur um das Rock-Business. Es passiert ja überall. Es sind Politiker, die übergriffig werden. Wir haben Trump, wir haben Weinstein. Das hatten wir schon. Wir haben überall die gleichen Mechanismen. Und das ist eben das, ich sage es noch einmal, das ist das Erstaunliche, dass nicht da auch noch viel klarer aus der Musikbranche kommt, wir distanzieren uns von diesen Dingen. Wir wollen auch, also das ist zum Beispiel etwas, was in der Filmbranche jetzt tatsächlich passiert, dass wir sagen, wir müssen uns echt überlegen. Wir müssen uns unsere eigenen Privilegien anschauen, wir müssen anschauen, was kann man wirklich machen. Aber wir werden uns distanzieren, keine Frage. Aber was sind die drei wichtigsten Punkte, wo müsste zum Beispiel jetzt die österreichische Musikszene Anlass-Rammstein sagen, diese drei Punkte, die halten wir ein? Es geht nicht darum, ob man etwas einhalten, es geht ganz einfach um Aufklärung. Es geht darum, dass klargestellt wird, wie man einen Fan behandelt. Und dass sich der Fan überhaupt nichts freuen lassen muss. Es geht darum, dass man diesen Machtwahnsinn einmal ausspricht, dass wir alle davon lernen und dass das natürlich in unserer Zeit nicht mehr stattfinden darf. Mehr ist nicht zu sagen. Es geht darum, dass wir uns in der Zeit einig. Ist es vielleicht zu verstehen, Machtwahn, ich sage jetzt extra auch provokant, Größenwahn, ist es vielleicht eine Entschuldigung, dass wenn man in so einem Stadion auf der Bühne steht mit 50.000 Zuseherinnen und Zusehern, dass das auch letztlich fast schwer zu verkraften ist? So eine Gewalt an Emotionen? Ja, es ist schwer zu verkraften, aber das heißt dann lange, dass man runtergeht und dann wen vergewaltigt oder seine Macht ausübt. Außerdem will ich wirklich sagen, ich war ja von L.A. bis Moskau und Kiew so viel Backstage bei großen Partien, wo ich halt mitgespielt habe und mitgearbeitet habe. Und ich will wirklich sagen, die gingen von der Bühne, wollen eigentlich nur an die Hotelbahn und dann schnell ins Bett. Das ist wirklich so. Also meine Freunde, die Scorpions, da gab es, ja, gerade wenn wir das Land gewechselt haben, gab es eine Backstage-Party und jeder wollte eigentlich nur ins Bett, weil das so anstrengend ist, drei Stunden auf der Bühne zu stehen und den Hampelmann machen. Ich glaube schon auch wirklich, dass man eben eins nicht vergessen darf, dass die Rammstein, tatsächlich die Band hat Texte, wo sie einfach wirklich Gewalt an Frauen ausgeübt von Männern verherrlicht und zu einer Normalisierung treibt. Das heißt, wenn ich Fans, wenn ich Leute, eben tausende Menschen dazu bringe, Texte mitzusingen, wo Gewalt an Frauen verherrlicht wird, dann trage ich zu einer Normalisierung bei. Und das ist eben kein Wunder, dass diese Leute dann auch sich in anderen Bereichen so verhalten. Aber nehmen wir doch mal Genie von Falco. Ein richtig, also man, im Grunde müsste Falco deswegen ins Gefängnis, ne? Weil Genie ist ganz einfach ein Missbrauch. Ich halte das für ein schreckliches Lied. Absolut. Okay. Okay, es gibt's und es wird auf Ö3 gespielt. Ja, es gibt's und es wird auf Ö3 gespielt. Es gibt ganz viele Sachen, die ich schrecklich finde, die auf Ö3 gespielt werden. Oder irgendwo anders. Nein, es gibt auch Filme, die... Keine drei Päschen hier, bitte. Nein, nein, aber das wird ja überall gespielt. Nein, natürlich, es wird auf der ganzen Welt gespielt. Aber wir müssen zu dem Liedtext. Es geht ja auch darum, dass eine Frau, die sich nicht mehr bewegt, die nichts merkt, quasi Sex über sich ergehen lässt. Da gibt es aber Meinungen aus Deutschland, die sagen, hier nimmt der Sänger diese Rolle eines Vergewaltigers bewusst ein wie ein Schauspieler, um aufzuzeigen, dass es sei eine Problematik, die indiskutabel ist und die über diese Art, über die auf der Bühne transportiert wird, als Kritik. Das können Sie nicht nehmen. Doch, das kann ich alles nehmen. Ich meine nur, ich persönlich finde es ein schreckliches Lied. Ich finde auch nicht, dass es nicht gespielt werden soll. Sondern ich kann dazu sagen, ich finde auf der Welt gibt es wahnsinnig viele und zu viele Filme über Frauenmörder, über Vergewaltiger, über Serienkiller, die 20 Frauen umbringen und so weiter. Es gibt viel zu wenige Filme, die erklären, wie die Welt ausschauen könnte, wie sie sollte. Dasselbe könnte man von der Musik sagen. Ja, so ist es. Oder von der Malerei. Natürlich. Wir sind eigentlich schon am Ende der Sendung. Eine kurze Frage an Sie beide mit einem Ja oder Nein. Glauben Sie, dass letztendlich die Berichterstattung Rammstein sogar vielleicht nützen wird? Definitiv. Sie wird uns allen nützen. Sie wird die Musikszene nützen und hoffentlich auch allen anderen Szenen der ganzen Gesellschaft. Ja, absolut. Jede Diskussion über das Thema führt uns weiterführen. Allerdings das Wichtigste ist, dass wir eben nicht mehr relativieren. Dann sage ich herzlichen Dank, dass Sie beide heute da waren. Ja, meine Damen und Herren, das war für heute alles von uns. Danke für Ihr Interesse. Hier geht es jetzt weiter mit Universum History und großen Wilden aus dem Mittelalter. Sehen Sie gleich einen spektakulären neuen Blick auf die Wikingerkultur, auf Ihre Sitten und Ihre Raubzüge. Auf Wiedersehen.